Ihr Lieben, gestern war mein 29. Geburtstag und ich habe eine dermaßen große Fülle an Glückwünschen bekommen, dass ich da jetzt überhaupt nicht mehr in der Lage bin, die alle einzeln zu beantworten. Es waren, wenn man jetzt die ganzen Social Media abgrast, per Mail dann noch, per WhatsApp und dann natürlich auch noch in meinem Postfach, weit über 200 Glückwünsche und seht es mir nach, ich kann sie nicht alle beantworten. Deswegen dieses kleine Video, ich möchte mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Es war mir eine große Freude und es hat wirklich gut getan, zu sehen, wie viele auch an mich denken und eben Anteil an meinem Geburtstag nehmen. Was das neue Jahr jetzt für mich bringen wird, wird sich noch zeigen. Es wird mit Sicherheit spannend. Es wird auch spannend, in welchem Umfang ich mich weiterhin in den Medien einbringen werde können. Das ist noch gar nicht so klar. Aber in jedem Fall freue ich mich und bin hochmotiviert und bin mal gespannt, was dann alles sozusagen noch ansteht, bevor dann die Böse 3 nächstes Jahr dann vor meinem Lebensalter stehen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!